Musik Was ist denn das für schöne Musik? Das ist ein Stück des berühmten Musikers und Komponisten Johann Sebastian Bach. Der hat vor einigen hundert Jahren hier in Arnstadt gelebt. Aber wer bist du und wo kommst du her? Ich bin Feldmaus Felix und auf der Durchreise. Wo bin ich hier denn gelandet? Du bist hier im Schlossmuseum Arnstadt. Ich heiße übrigens Lilly, die Schlossmaus. In einem richtigen Schloss war ich noch nie. Gibt's hier auch so leckeren Speck, wie überall erzählt wird? Speck gibt es hier schon lange nicht mehr. Aber ganz besondere Bewohner. Hä? Ich seh nur Puppen. Die meine ich doch. Da hat aber einer viel Zeit gehabt. Dieser jemand war August Dorothea, die Frau von Fürst Anton Günther II. Sie hatte die Zeit und das Geld. Was ist denn ein Fürst? Dem Fürst gehört das Land und die Leute, die darauf leben. Und die Tiere. Sozusagen der Chef von allem. Und warum sind die Figuren in Glaskästen eingesperrt? Die sind nicht zum Spielen gedacht. Auguste Dorothea hatte sie zum Spaß und zur Freude ihrer Gäste herstellen lassen. Heute zeigt das Museum 82 Puppenstuben mit fast 400 Figuren. Komische Zeit. Diese komische Zeit nennen Menschen heute barock. Das ist ein kleiner Zeitabschnitt vor ungefähr 300 Jahren. Hier steht mon plaisir. Was bedeutet das denn? Das weiß man doch. Das ist französisch und heißt übersetzt mein Vergnügen. So nannte Auguste Dorothea die Puppenausstellung. Aber Vorsicht Felix. Beim Küchenschreiber im Vorratsschrank liegen Schokolade, Graupen, Mehl und vieles mehr. Aber ja nicht naschen, denn eine Mausefalle gibt's dort auch. Wenn wir da nachher vorbeigehen, kannst du sie ja mal suchen. Was ist denn das für ein Lärm da hinten? Der kommt vom Jahrmarkt. Lass uns mal schnell hinflitzen.